Gibt es etwas, wofür du brennst, das dich so packt, dass du nochmal alles auf den Kopf stellst? Alltag, Job, Freunde, alles wird sich ändern. Die Schulen von heute gleichen den Schulen von gestern. Machen wir mit einer Digitalisierungsoffensive Schulgebäude zu den modernsten Gebäuden deiner Stadt. Weltbeste Bildung als Bürgerrecht. Ich brenne für die Themen deiner Zukunft. Innovationen formen unsere Welt. Doch großartige Köpfe brauchen neben dem Mut auch das Kapital, um zu überleben. Formen wir die Rahmenbedingungen, die sie brauchen für ein technologieoffenes Deutschland. Deutschland muss endlich nachhaltig werden. Bei der Umwelt sowie bei den Staatsfinanzen. Denn die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Generationengerechte Politik. Doch wie frei ist unser Land wirklich? Lasst uns die Fessen lösen und den Menschen mehr zutrauen. Legalisierung von Cannabis. Reisefreiheit in Europa sichern. Und lieb doch, wen du willst. Ich brenne für die Politik deiner Zukunft. Ich bin Mario. Ich brenne für ein digitales, weltoffenes und modernes Deutschland. Ich brenne für die Themen deiner Generation und ein Land, das Bock auf Fortschritt hat. Am 26. September FDP wählt.